Im Moment ist es nur Abstand, Ausdruck und Führung. Linke und rechte Verschwörungstheoretiker, meisten Neonazis, insgesamt Systemkritiker. Die Reduzierung der Weltbevölkerung, um die Menschheit mit Mikrochips zu versehen und digital zu versklaven. Verschwörungstheoretiker gibt es auch in den Embernetöpfen. One Nation Records Siehst du wie die Welt durch den Viruslam liegt, alles gesteuert und geplant, blick durch die Matrix. Sie lenken unser Leben nur durch Angst und Panik, wacht endlich auf, es wird Zeit. Sheriff, siehst du wie die Welt durch den Viruslam liegt, alles gesteuert und geplant, blick durch die Matrix. Seh durch meine Augen und du siehst die Tragik, schöne neue Welt. Shutdown, die ganze Welt steht still, fick den Lockdown. Alles schlecht verfilmt, durchlebt ein Albtraum. Politik gleich abschaum, die Wirtschaft haumelt und steht kurz vor einem Knockout. Wacht auf, unterstütz den Aufwachprozess. Geht auf die Straßen, rebelliert, betreibt lautstark Protest. Yeah, haltet Stand, Appelliere an das ganze Land. Links, rechts, links, rechts, marschiert und zwar Hand in Hand. Es macht mich krank und ihre Masken sind gefallen. Doch lieber bleiben sie zu Hause und lassen sie's gefallen. Wo bleibt die Zuversicht, das Schlechte hier zum Guten zu wenden? Wer Teil des Widerstands, um für unsere Zukunft zu kämpfen? Um uns im Blut zu ertränken, ist ein Bürgerkrieg geplant. Guck, sie lügen und hätten, fick den Pyramiden statt. Viele erhörten meine Stimme tief im Koma und sind aufgewacht. Ey, ihr könnt lachen, über Noah wurde auch gelacht. Ha! Ja, siehst du, wie die Welt durch den Virus lahmliegt? Alles geschleuert und geplant, blick durch die Matrix. Sieh durch meine Augen und du siehst die Tragik. Schöne neue Welt. Erkennen die Zeichen der Zeit, jetzt hat die Endzeit begonnen. Ein dirigiertes Orchester hält sie weltweit in Trance. Er folgt die Massenimpfung, glaub mir, hat die Menschheit verloren. Yeah, fick die WHO und gib jetzt keine Chance. Nein, sitzt bei Markus Lanz, redet von Senkung der Geburtenrate. Zieh der NWO, sagt, bemerkst du jetzt, was uns erwartet? Suchst du das Licht, liegt es im Spektrum der verfluchten Lage. Wenn du nicht selbstständig denkst, bist du ein guter Sklave. Lügenpresse, Fake News. Fuck, dass die Zensur am Start ist Massenmanipulation. Man hetzt, um mir den Ruf zu schaden. Guck uns die Fragen, Willi, bist du ein Nazi? Bin ich links, bin ich rechts? Einfach Kilominati, nein, bin kein Mann der Politik. Denn das ist alles nur ein Trick. Sie alle handeln zu verstrickt, sie wie die Schlange unzerstrickt. Yeah, suchst du die Puppenspieler, triffst du sie im Hinterzimmer. Elitäre Hurensöhne, pädophile Kinderficker. Yeah, siehst du wie die Welt durch den Viruslam liegt. Alles gesteuert und geplant, blickt durch die Matrix. Sie lenken unser Leben nur durch Angst und Panik. Wacht endlich auf, es wird Zeit. Ja, siehst du wie die Welt durch den Viruslam liegt. Alles gesteuert und geplant, blickt durch die Matrix. Seh durch meine Augen und du siehst die Tragik. Schöne neue Welt. Wir erleben eine globale Krise. In der Krise kann kein Land allein müssen. Die Staaten müssen zusammenarbeiten und sich der Weltvernunft vollen. So eine Weltranierung hat zwischen einem ganz anderen Klang. Nur sie können heute noch unsere Probleme lösen. Was einst als utopischer Traum gab, entwickelt sich nach den zahlreichen Krisen, den wir mehr und mehr zu einem realistischen Ziel. Die Finanzelite plant die ganzen Kriege. Für ihre kranken Ziele folgt bald die Bankenkrise. Eine Weltwährung bleibt, bis all das viele Geld im Wert verliert, um Chaos zu erzeugen. Denn der Diebsit bin ne Weltregierung. Versucht nicht alles zu verteufeln. Nein, wir leuchten und warnen. Heutzutage probiert man an das Denken, da ans Kreuz zu nageln. Beleuchtungsphase hat ne Frage, die sich lohnt. Sagt, dient die Massenmigration als getahnte Invasion? Gott bewahre die Nation. Sie verfolgen strikt globale Pläne. Lieber am Stehen als auf Knien. Solange ich lebe, war's die See. Zwischen all den Zeichen und Symbolen sind okkulte Rituale. Mit Geistern und Dämonen prophet seine Projektion. Nach dem riesigen Blackout bringt uns der Teufel am Himmel ein falsches Bild auf die Netzhaut. Während man still und heimlich eine neue Welt erschafft, verlangt der Teufel Weltherrschaft. Siehst du wie die Welt durch den Virus lahmliegt? Alles geschleuert und geplant, blickt durch die Matrix. Sie lenken unser Leben nur durch Angst und Panik. Wacht endlich auf, es wird Zeit. Illuminati. Yeah, siehst du wie die Welt durch den Virus lahmliegt? Alles geschleuert und geplant, blickt durch die Matrix. Seht durch meine Augen und du siehst die Tragik. Schöne neue Welt. Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie. Sondern immer noch an ihrem Angriff. Wir werden noch lange... ...und die Zeit ist nicht so reif gewesen wie jetzt. Wenn wir wirklich global denken, dass wir auch global an eine Währung herangehen. Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung. ...killumina, Tiffel, wake up. Wake up, 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 wake up.